Die zwei nächsten Gäste, die wir hier auf der FutureZone-Bühne begrüßen dürfen, sind Jakob Karbaumer und Felix Ballendat. Das sind zwei der drei Gründer des in München ansässigen Startups URMO. Worauf sich URMO spezialisiert hat, beziehungsweise das erste Produkt von URMO war ein, korrigiert mich, wenn ich es falsch sage, faltbarer Elektroscooter, um eben den Weg, wie wir kurze Distanzen zurücklegen, zu revolutionieren. Und jetzt im Vortrag geht es um das Thema, wie man seinen eigenen Hardware-Prototypen bauen kann und da eben so ein paar Tipps und Tricks dazu. Viel Spaß. Ja, danke für die nette Einleitung. Wir hatten eigentlich gedacht, wir machen den Vortrag in Englisch, weil das vielleicht für mehr Leute funktioniert. Würden ihn aber auf Deutsch machen, weil wir gemerkt haben, dass fast alle hier Deutsch sprechen. Ist das so in Ordnung? Hat irgendjemand was dagegen? Oder habt ihr es nicht verstanden, wenn wir es jetzt auf Deutsch gefragt haben? Ja, genau. Also, wir sind hier zwei der drei Gründer des Startups URMO aus München. Das ist der Felix und ich bin der Jakob. Und über die letzten drei Jahre haben wir ein bisschen unsere Vision verfolgt, den Verkehr in den Städten von morgen zu verbessern. Und wie man sowas machen kann, da gibt es super viele Lösungen. Man kann Apps programmieren, die die Verkehrsplanung verbessern und so weiter. Wir sind aber beides Maschinenbauer und deswegen war es für uns eigentlich klar, dass wir ein Hardware-Produkt bauen müssen. Und ein zentraler Punkt von einem Hardware-Produkt, das man auf den Markt bringen möchte, sind irgendwann diese Prototypen, die man bauen muss, um Leute zu überzeugen, um Werbung damit zu machen und natürlich um sein Produkt auch zu testen. Und wir haben über die letzten Jahre da echt viel gelernt, viel mitgenommen und das wollen wir heute ein bisschen mit euch teilen. Dass wenn ihr einen Prototypen bauen wollt, sei es für private Projekte oder für Uni-Projekte oder in eurem Startup, dass ihr da schneller vorankommt, günstiger vorankommt und am Ende einen besseren Prototypen habt. Jetzt schauen wir uns erstmal ganz kurz an, was wir da eigentlich gebaut haben und warum wir quasi qualifiziert sind, euch heute da Tipps zu geben. Das ist der Urmo und der Urmo ist ein selbstbalancierendes Elektrofahrzeug. Das kennen vielleicht einige von euch vom Segway. Das heißt, es ist sehr intuitiv zu steuern, es macht Spaß und ist vor allem super intuitiv zu fahren. Das Besondere am Urmo ist, dass er super leicht ist, super klein ist, große Reifen hat und der Faltmechanismus. Man hebt es also einfach hoch und mit nur einem Handgriff klappt sich das Ganze zusammen. Das ist einer von unseren Prototypen. Das ist, glaube ich, die dritte Generation, die wir da gebaut haben. Funktioniert ganz gut meistens, war aber immer ein bisschen zickig. Und mit diesen Prototypen haben wir dann eben Wettbewerbe gewonnen, konnten tolle Fotos machen. Das ist unser erster Prototyp und waren letztes Jahr auch auf Kickstarter. Das kann nämlich auch ein großer Punkt sein, warum man Prototypen baut, wie ich vorhin angesprochen hatte, um Leute zu überzeugen. Wenn du Kickstartern willst, ist es inzwischen sehr viel strenger geworden als früher. Man kann nicht mehr einfach nur eine Zeichnung hochladen und Renderings hochladen, sondern man muss zeigen, dass man ein Produkt hat, das wirklich funktioniert. Das heißt, Kickstarter fordert ungeschnitte Videos von einem an, wo man zeigen muss, dass das Produkt funktioniert und auch ein bisschen wie leistungsfähig das Ganze ist. Dafür braucht man also einen guten Prototypen. Der Titel des Vortrags war irgendwie 10 Top-Tipps, wie man bessere und günstigere und schönere Prototypen bauen kann. Wir haben ein bisschen over-delivered, wir haben nämlich sogar 11 Tipps für euch heute dabei und wollen jetzt einfach mal mit dem ersten anfangen. Als wir angefangen haben mit dem Produkt und mit dem Projekt, waren wir alle Studenten. Das heißt, Geld war irgendwie chronisch knapp, weil man wollte irgendwie was essen, man musste irgendwo wohnen und man wollte ab und zu auch ein Bier trinken. Trotzdem muss man, wenn man mit einem Prototypen anfängt, sich dafür ein gewisses Budget gönnen. Das heißt, auch wenn man privat arbeitet und das Ganze vielleicht mit dem Taschengeld von den Eltern finanziert, muss man sich ein gewisses Budget feststecken und mit dem Budget dann auch arbeiten. Wie man das Budget plant, ist eigentlich auch recht einfach. Man überlegt sich am Anfang ungefähr, wo man hin muss. Das ist so der eine Weg, schaut, was für Bauteile man braucht und kalkuliert es dann ein bisschen ein. Ein anderer Weg, das Budget irgendwie festzuplanen, ist, dass man sich überlegt, okay, wie viel ist einem dieser Prototyp wert oder wie viel Geld habe ich denn überhaupt zur Verfügung. Wenn ich als Startup in einem Förderprogramm drin bin und dort irgendwie vielleicht einen Sachmittelgutschein über 1.000 Euro habe, bringt es nichts, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt 10.000 Euro für diesen Prototypen. Da muss man die Ansprüche ein bisschen runterskalieren und eben mit diesen 1.000 Euro so weit wie möglich kommen. Und es macht auch keinen Sinn, eben alles versuchen möglichst billig zu machen, weil dann werden die Prototypen am Ende nicht gut, haben nicht die Leistungsfähigkeit, die man sich erwartet und so weiter. Und damit kommen wir auch gleich zum zweiten Punkt eigentlich. Und zwar die Unterteilung in Design- und Funktionsprototyp. Wir hatten unseren ersten Prototyp gebaut und der hat wunderschön ausgeschaut, aber er konnte nicht fahren. Aber warum konnte er nicht fahren, weil es ganz egal war. Unsere Technologie soll nicht zeigen, dass wir selbstbalancieren fahren können. Unsere Technologie zeigt, dass es geht, ein leichtes, kleines, klappbares Fahrzeug zu bauen. Fahren, das hat der Segway super vorgemacht. Das ist nicht die Kernmessage unseres Prototyps gewesen. Und deshalb ging es nur darum, zu zeigen, wie das Ding klappen kann. Und mehr konnte der Prototyp auch gar nicht. Und dafür hat es genau gereicht. Erst in dem viel späteren Schritt, in dem zweiten Schritt, waren wir so weit und haben auch die finanziellen Mittel dafür gehabt, den Prototyp so zu bauen, dass er alle Funktionen hatte. Aber auch dahin war es ein längerer Weg. Auch der Funktionsprototyp war erstmal wirklich auf die Kernfunktionen reduziert. Und was wir heute bei uns an dem Messestand sehen, der wirkliche, voll funktionsfähige Prototyp, der den gesamten Feature auch alle hat, der kam erst wirklich später. Das heißt, die Message hier ist, überlegt euch, zu welchem Zeitpunkt ihr welche Funktionen braucht und welche die Hauptmessage von eurem Produkt ist. Verliert euch nicht in irgendwelchen Zusatzfunktionen, sondern Prototypt nur das, was euer Produkt ausmacht. Ja, der dritte Punkt ist ein bisschen, dass man sich auch die Zeit gönnen muss. Was wir am Anfang probiert hatten oder was ein bisschen ein Fehler von uns war, dass wir die Prototypen versucht haben, so schnell wie möglich zu bauen. Und das ist einerseits gut, weil man dann schneller lernen kann und weil man auch schneller irgendwo zum Ziel kommt. Das Problem ist aber, wenn du so einen Prototypen hast, der einfach aus dem 3D-Druck herauskommt, dann schraubst du ihn irgendwie zusammen und stellst ihn hin, der ist einfach nicht schön. Und das heißt, du kannst niemals tolle Bilder mit dem machen, du kannst niemals den irgendwelchen Pressefotografen hinstellen und du kannst damit auch niemals zu Investoren gehen und denen das zeigen. Weil die werden sagen, okay, du hast vielleicht eine coole Idee, aber wenn du es noch niemals schaffst, einen Prototypen zu bauen, der irgendwie anständig aussehen, warum kannst du das Produkt fertig bauen? Warum wirst du später das Produkt fertig entwickeln können und so weiter? Mach dir doch erstmal die Mühe, das irgendwie schön zu machen, dass man weiß, wie es später aussehen kann und dann reden wir weiter. Wichtiger Punkt ist auch, weil wir es vorhin angesprochen hatten mit den Design-Prototypen. Nur wenn du ein tolles Design hast in deinem Produkt, werden es die Leute auch kaufen. Und du kannst diese Design-Message, wie verlaufen deine Linien, wie sehen deine Lichter aus, wie sehen einzelne Materialien aus, das kannst du nur rüberbringen, wenn du den Prototypen schön machst. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, okay, wie baut man einen schönen Prototypen? Viele von euch hier werden irgendwo einen 3D-Drucker zu Hause haben und viele werden den auch richtig gut eingestellt haben, dass der tolle Teile produziert, dass der gute Auflösung hat und so weiter. Und das ist schon mal eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis für tolle Design-Prototypen. Der nächste Schritt, den man dann zum Beispiel gehen kann, ist, dass man den einfach ein bisschen abschleift, die Oberfläche. Gibt super Videos auf YouTube, wie man das macht, ist auch super preisgünstig. Dann kann man weitergehen und das Ganze zum Beispiel noch spachteln an der Oberfläche, also mit so KFZ-Spachtel, dass man da eine gute Oberfläche hinkriegt und das Ganze dann lackieren. Wenn man es richtig professionell machen will, gibt man das Ganze noch zu einem KFZ-Lackierer zum Beispiel. Das kostet nicht viel, manchmal kriegt man das sogar für einen Kasten Bier und hat dann eben die Möglichkeit, da wirklich einen tollen Lack drauf zu kriegen. Man kann auch anfangen, verschiedene Materialien zu simulieren im Design-Prototyp. Man kann einzelne Einsätze aus Holz machen zum Beispiel, die man zum Beispiel von Hand aussägt, mit dem Schleifpapier in die passende Form bringt, zum Beispiel, wenn es irgendwie gewählt sein muss und so weiter. Und dann auch wieder glatt schleift, lackiert, ölt und so weiter. Man kann zum Beispiel auch versuchen, auf das Bauteil eine Carbon-Optik aufzubringen, indem man mit Carbon-Fasern und Epoxidharz einfach das Bauteil überzieht quasi und dann auch wieder schleift und lackiert. Das klingt alles sehr, sehr aufwendig. Es ist nicht unbedingt schwierig, aber auf jeden Fall zeitaufwendig, so etwas zu machen. Aber man sollte sich zumindest an einem Step in dem Prototyping-Prozess die Zeit nehmen und einen schönen Prototypen zu bauen, damit man eben Leute überzeugen kann und tolle Fotos machen kann. Bei uns war das dieser Prototyp hier, den wir schön gemacht haben. Der ist eigentlich auch komplett 3D gedruckt. Ist eigentlich auch komplett 3D gedruckt, aber wir haben es eben geschliffen, gespachtelt und dann mehrfach lackiert, um eben hier zu zeigen, wie die Reflektionen laufen. Wir haben hier sogar dann LEDs eingebaut. Wir haben hier echte Reifen eingebaut und nicht nur 3D gedruckte Reifen, um eben einen wirklich guten Look und Feel von dem Produkt zu haben. Und das würde ich euch einfach empfehlen, dass ihr versucht, geile Prototypen zu bauen, die gut aussehen, auch wenn es mehr Zeit und mehr Geld kostet. Und es geht schon weiter und auch über in den nächsten Punkt. Macht ihr einen Plan und das ist komplett in einer Linie auch mit dem ersten Punkt. Legt ihr ein Budget fest. Nehmt eure Projekte ernst. Macht nicht kurz mal, hey, noch schnell das mal was basteln. Ich habe da mal was gesehen, will ich mal kurz irgendwie zusammenstecken. Macht euch Gedanken über das, was ihr machen wollt. Und zwar so, dass ihr sagt, okay, das ist das Ziel, da bin ich hin. Dafür gibt es das und das Budget, auch wenn es eben nicht viel ist. Sondern ich plane einfach durch, was ich habe und welches Ziel ich habe damit. Einen Plan machen geht aber noch viel weiter. Wir haben das auch wirklich auf die harte Tour lernen müssen, glaube ich. Erinnere ich mich nämlich noch an unseren ersten Funktionsprototypen, wo dann auch die ganze Elektronik drin war. Wir haben das alles sauber durchgeplant und im CAD gehabt und dann 3D gedruckt und ganz tolle Teile gehabt. Aber wir haben Sachen nicht fertig gedacht. Und das gehört auch ganz klar dazu, zu einem Plan machen. Zum Beispiel waren unsere Kabel gar nicht im CAD mit drin. Kabel konstruieren macht viel Arbeit, kennt man vielleicht. Aber es sind diese ganzen Überlegungen, die, ja, der Mustern ist irgendwie angeschraubt. Ah ja, das überlege ich mir dann, wenn ich es zusammenbaue. Oder, ja, klebt man dann irgendwie. Und genau so ist es nicht. Denkt es durch, macht euch den Plan und zwar nicht nur von der Projektseite, auch von der Produktseite. Denkt alles durch, wie kann man wirklich sauber Sachen befestigen. Diese ganzen Lösungen dann am Schluss noch irgendwo doch noch was ankleben, obwohl man davor schon im CAD war und dann 3D-Druck gestartet hat und eigentlich ein schönes Teil hat, aber dann doch wieder am Schluss irgendwie was nachträglich anbauen muss. Weil man nicht sauber konsequent sein Ziel vor Augen gehabt hat, was man realisieren will und dafür eben auch keinen Plan gemacht hat. Unser neuster Prototyp ist wieder auch erstmal nur ein Design-Prototyp. Aber da ist jedes Kabel, jede Montage genau so vorkonstruiert und beschrieben, dass wir über Montagekonzepte Bescheid wissen, dass wir einfach das dann auch am Prototyp lernen können und da wieder neue Erkenntnisse daraus ziehen können. Einfach alles sauber durchgeplant zu haben. Die Folgen davon sind nämlich ganz schön heftig. Wir hatten es mal bei einem Prototypen, dass dann die Platine nicht mehr reingepasst hat, weil einfach alles voll mit Kabeln war. Und das bringt dir überhaupt nichts, weil dann musst du neue Kabel einziehen, musst die Kabel irgendwie dünner machen, musst irgendwo Teile rausschneiden, dass du Platz für diese Kabel kriegst und musst du eben auf die harte Tour lernen, würde ich einfach versuchen zu vermeiden. Der sechste Punkt, über den wir sprechen wollen, ist die richtigen Materialien und die richtigen Fertigungsmethoden zu verwenden im Prototypen. Wenn man sich hier rumschaut, sieht man eigentlich eine Vielzahl an Fertigungsmethoden. Man sieht in der einen Ecke Lasercutter, man sieht CNC-Fräsen, man sieht 3D-Drucker, man sieht Lasercutter, die Holz schneiden, die Acrylglas schneiden und so weiter. Und das ist eigentlich eine super Ausgangsbasis, um Prototypen zu bauen, weil man sich der verschiedensten Materialien bedienen kann. Das Problem ist da, dass man genau wissen muss, welches Material setze ich für was ein. Ein großer Fehler, den wir festgestellt haben, den teilweise Leute machen, ist Acrylglas für lasttragende Bauteile zu verwenden. Das sieht zwar super cool aus, aber dann habe ich oft das Problem, dass das erstens nur flächige Bauteile sind und ich sehr schwer irgendwie in die dritte Dimension, in die Höhe kommen kann. Und das Problem ist oft, wenn ich irgendwie Schrauben reindrehe, dann reißt das Acrylglas, wenn ich kein Polycarbonat verwende und so weiter. Auf der anderen Seite ist dieses Acrylglas aber super geil geeignet, wenn ich irgendwo optische Bauteile brauche, wenn ich Frontplatten brauche, weil ich es gut gravieren kann und so weiter. Was wir festgestellt haben, während wir unsere Prototypen gebaut haben und auch Prüfstände und so weiter, sind diese Aluminiumprofile. Die kennt jeder, zum Beispiel den Maker Beam oder ganz normal diese Bosch- oder E-Tem-Profile. Die gibt es recht günstig online zu kaufen. Man kann auch bei den meisten Online-Shops das direkt auf Maß zuschneiden lassen und hat dann, wenn man das Ganze online bestellt, quasi einen Bausatz für seinen Prüfstand. Und wenn man das vorher im CAD ganz gut konstruiert und die entsprechenden Verbindungsstücke dazu kauft, dann kann man super einfach mit recht wenig finanziellem Einsatz ultra stabile Sachen bauen. Und das geht vom Tisch bis zu irgendwelchen Roboterarmen, über irgendwelche CNC-Fräsen, die man daraus bauen kann, bis zu irgendwelchen Prüfständen, auf denen wir unser Fahrzeug testen. Vielleicht da noch ganz kurz ergänzend zu den Profilen. Wir haben zum Beispiel einen eigenen 3D-Drucker gebaut für uns, der auch in der Größe gerne mal gut zwei von diesen Fahrzeugen auf einmal drucken kann. Auch aus Profilen. Und es war auch wieder eine Budgetsache. Wir hatten nicht das große Budget für den Drucker. Und das Teure an den Profilen sind nämlich gar nicht die Profile, die kosten pro Laufmeter unterschiedlich ein paar Euro. Das Teure waren die Verbinder. Und wir haben in unserem ganzen 3D-Drucker nicht einen Verbinder gebaut, weil wir es einfach sauber geplant hatten. Weil es eben auch sehr, sehr viele Tricks gibt, wie man mit einfachen Normteilen diese Profile zum Beispiel auch verbinden kann. Also Schrauben, Winkel etc. Und das ist viel günstiger, als wenn du die fertigen Verbinder oft kaufst. Was dann vielleicht ein bisschen fortgeschrittener ist, ist die Verwendung von Verbundwerkstoffen. Also Glasfaser verstärkter Kunststoff, Kohlefaser verstärkter Kunststoff. Ist sicherlich eher für die Fortgeschrittenen hier unter euch. Es gibt auf YouTube super Tutorials, wie man das genau anwendet. Da ist halt das Besondere, dass man in der Formgebung sehr, sehr frei ist. Und dass man so zum Beispiel ein Blechteil, das mehrdimensional gebogen ist, wie zum Beispiel eine Motorhaube oder irgendeine Abdeckung, sehr, sehr einfach prototypen kann. Weil ich im Gegensatz zu einem Blechbauteil kein sehr großes Werkzeug brauche, um das tief zu ziehen oder zu stanzen. Sondern weil ich mir das Werkzeug, also meine Form, einfach 3D drucken kann, schleifen kann, spachteln kann. Und dann auf diese 3D gedruckte Form meine Fasern legen kann und mir so das Bauteil herstellen kann. Aber wie gesagt, das ist eher ein fortgeschrittenes Verfahren. Und jetzt ist doch die Frage eigentlich, wie entscheide ich mich für das richtige Material und das richtige Herstellungsverfahren. Dazu muss ich einerseits wissen, wie sieht mein Bauteil aus? Ja, ist es einfach ein flaches Bauteil? Dann nehme ich vielleicht lasergeschnittenes Holz oder Polycarbonat oder sowas. Ist es vielleicht ein flächiges Bauteil, das aber mehrdimensional gewölbt ist? Wie zum Beispiel eine Motorhaube, eine Abdeckung oder sowas. Dann kann ich probieren, das aus Glasfaser verstärktem Kunststoff zu bauen. Oder ist es ein super komplexes Bauteil, an dem ich von mehreren Richtungen Sachen anschrauben muss. Dann entscheide ich mich vielleicht dazu, das Ganze 3D zu drucken. Weil ich da alles in einem Bauteil vereinen kann. Und dann stellt sich dann final die Frage, okay, wie stelle ich das Ganze her? Tue ich meine Blechteile, tue ich die fräsen, tue ich sie Laserschneiden? Mit welchem 3D-Druckverfahren drucke ich das? Und das ist vielleicht nicht nur abhängig von dem, was ideal ist, sondern auch von dem, was ihr natürlich zur Verfügung habt. Vielleicht hat euer Fairbleib eine CNC-Fräse. Und dann fräst ihr die Holz- oder die Polycarbonateile natürlich aus. Wenn ihr eine Laserkatte habt, könnt ihr sie damit schneiden. Also auch da ist wieder das Thema, das beste Werkzeug ist das, das du zur Verfügung hast. Es bringt dir nichts, wenn du sagen kannst, hey, ich mache das so, so, so. Das ist die perfekte Lösung, wenn du es dann nicht herstellen kannst. Das ist auch etwas, was wir hart lernen mussten. Wir hatten super tolle Lösungen, konnten sie dann aber nicht herstellen, weil wir die Werkzeuge nicht haben. Das heißt, lieber gehst du irgendwie ein bisschen mehr Arbeit ein. Dafür kannst du es herstellen. Was wir ganz viel machen zu dem Thema, was ich für uns einfach als starke Technologie herausgestellt habe, natürlich neben dem 3D-Druck, den ja schon jeder kennt, für ganz viele Vorrichtungen, Mancharge-Vorrichtungen, Prüfstände, ist wirklich die Trennung zwischen einfachen und komplexeren Teilen. Wir haben, und das machen wir sehr gerne und das empfehle ich euch wirklich, gebt auch Teile nach extern. Es ist überhaupt auch der Kostenaufwand gar nicht so groß, sich zum Beispiel Laserteile aus Metall anfertigen zu lassen. Da gibt es 24-Stunden-Services, die aus dem DXF-File, den ihr jetzt vielleicht eh schon für euren Acrylglas-Laser verwendet, auch das Metall machen könnt. Und überlegt euch da, okay, wie kann ich möglichst viele Funktionen in ein Teil bringen, in ein Blechteil, das ich vielleicht dann auch noch kannte oder umbiege. Und dann auch gerne mal sagen, hey, das ist einfach ein tragendes, wichtiges Teil von meinem Projekt. Und dann auch gerne diesen Schritt gehen, das kostet jetzt 30 Euro und dafür lasse ich mir dieses Teil lasern, ohne dass ich da groß an den teuren Werkzeugbau oder den Anlagenbauer denke. Das sind wirklich Services, wo man seine Bauteile hochlädt, sein DXF-File und dann auch ein sauberes Stahlteil kriegt, das wirklich lastgerecht ist und dann eben wieder materialgerecht. Auch ein, ich glaube, das Learning, was uns am meisten Zeit gekostet hat, war Recycling. Wenn man ein Projekt anfängt, denkt man sich die wildesten Funktionen aus und überlegt, was denn nicht alles noch das Produkt können könnte und was noch dafür gemacht werden könnte und was man nicht alles kann und was man nicht alles schon mal irgendwo gelernt oder gesehen oder gelesen hat. Recycling ist da für uns das Stichwort. Wir haben hier versucht, am Anfang gleich große Motorsteuerung und Logik einzubauen, Messtechnik und alles Mögliche. Im ersten Prototyp hätten wir viel früher sagen müssen, hey, ganz egal, wir kaufen einfach einen Motorregler zu, den gibt es am Markt, der funktioniert und der hat auch genauso unsere Anforderungen. Und da wirklich wieder auf die Nutzen vom Prototyp eingehen und sagen, ich recycle das. Genauso ein Thema Batteriepacks. Natürlich kann man sich Batteriepacks aus 18- und 650er-Zellen zusammenschweißen, man kann sich irgendwo einen Punktschweißer noch aus einer Mikrowelle bauen. Man kann aber auch einen Batteriepack einfach aus einem alten Hoverboard nehmen und es funktioniert auch und es wird auch sicher nicht abbrennen. Und da gibt es ganz viele Batteriepacks, zum Beispiel auch im Modellbaubereich. Sicher, jeder zweite Maker ist ja irgendwo Modellbauer, hat dann auch da die Erfahrung, dass man da vielleicht einen Batteriepack von irgendwas anderem nehmen kann. Oder, um es kurz einzuwerfen, eine Powerbank reicht ja für die meisten Projekte auch schon aus. Also wenn es nur irgendwie ein Arduino-Projekt ist, das ich habe, dann kann ich das ganz einfach mit einer Powerbank betreiben. Das ist super günstig, ist eine super sichere Lösung, bevor ich mir anfange, irgendwelche Konstruktionen selber zu bauen, die dann meistens teurer sind, nicht so gut funktionieren und vielleicht auch Sicherheitsrisiko sind. Und es muss auch nicht immer gleich die vollperfekte High-End-Platine für den Prototyp sein. Es gibt so viele schöne Bausteine, aus denen man was zusammenbauen kann, vom MPU 6050 zur Lagemessung, den Messauswertungen, richtig tolle Sachen, die man als fertige Module kriegt, die man wirklich einfach selber auf einer kleinen eigenen Platine zusammenfassen kann und da nicht immer das gesamte Produkt so produzieren muss, wie man sich denn jetzt irgendwie vorträumt, dass es mal in den Serien sein könnte. Also Kernmessage wieder, nehmt die Sachen, die nicht euer Kern-Know-how für den Prototyp sind, nehmt die von extern. Schaut, was es gibt. Es gibt so viele coole Produkte, wo ihr das einfach recyceln könnt. Ja, aber auch wenn ihr Basismodule verwendet, wie das der Felix angesprochen hatte, was super Uncool ist in Prototypen, ist brutaler Kabelsalat. Wir hatten das vorhin schon mal angesprochen, dass wir da mal Probleme hatten mit zu viel Kabeln und deswegen würde ich immer empfehlen, natürlich mal eine erste Schaltung aufzubauen auf einem Steckbrett oder so, wenn es um die Elektronik geht. Also ihr habt euren Arduino oder euren Raspberry Pi, kauft euch dann diese ganzen Module, die ihr braucht und verbindet die irgendwie mit Kabeln. Das ist auf dem Schreibtisch oder im Labor ist das alles okay, das funktioniert. Aber sobald es dann daran geht, das Ganze irgendwo einzubauen in ein Produkt, in euer Fahrzeug einzubauen oder irgendwo in ein festliches Gehäuse zu verbauen, wird es oft super schwierig, weil das Ganze ist nicht sehr ausfallsicher, die Kabel können rausrutschen und das Ganze ist auch einfach zu groß. Plus ist es teilweise super schlecht wartbar, weil wenn ein Kabel rausrutscht, weißt du nicht, wo es hingehört. Deswegen würde ich euch empfehlen, schon recht früh anzufangen, eure eigenen Platinen zu bauen. Das ist vielleicht für einen jetzt, klingt das nach einer großen Hürde, weil ich muss mich in so ein Layout-Programm einarbeiten, ich habe vielleicht keine Ahnung von Elektrotechnik, ich weiß auch nicht, wo ich diese Platine herkriege. Das ist aber alles nicht so schwierig. Es gibt super Tutorials, es gibt Kurse in FabLabs, wo man schon mal lernt, wie man diese Programme grundsätzlich bedient. Und dann könnt ihr auf einem funktionierenden Design erstmal aufsetzen, also wieder Sachen recyceln. Zum Beispiel sind die Platinen von den ganzen Arduinos, sind öffentlich verfügbar, weil es ja ein Open-Source-Projekt ist. Das heißt, ihr könnt euch davon den Schaltplan und das Layout nehmen und dann eure eigenen Bausteine da hinzufügen. Das heißt, ihr nehmt zum Beispiel eine Arduino Mega, löscht die Teile, die ihr nicht mehr braucht und fügt dazu euer eigenes Display hinzu, eure eigene Schaltungen für irgendwelche LEDs, irgendwelche Sensoren und so weiter. Dann könnt ihr das recht einfach layouten und auch das Produzieren von den Platinen ist inzwischen kein Problem mehr. Ihr könnt die Dateien online bei diversen Firmen hochladen. Es gibt Firmen hier in Deutschland, die machen das. Es gibt Firmen in Asien, die machen das. Oder vielleicht hat euer Kollege im FabLab auch irgendwelche Kontakte zu einer Firma, die das einfach mal schnell mit durchschieben können. Dann habt ihr also diese Platine. Wenn man ein gutes Angebot erwischt, kriegt man die ungefähr für 20 Euro, für 10 Platinen in der Größe, mit normalen Eigenschaften, innerhalb von einer Woche zu euch nach Hause. Wenn es noch schneller gehen soll, müsst ihr das selber machen. Das haben wir früher auch gemacht. Das ist aber einfach super viel Arbeit und ein recht dreckiges Geschäft, weil man einige Chemikalien braucht. Man muss recht viel Arbeit da reinstecken. Und die Ergebnisse sind meistens so lala. Ich glaube, die selber geätzte Platine hat vielleicht jeder mal versucht. Aber da ist wieder die Frage, wenn euer Prototyp nicht eine Maschine zum Platinen ätzen ist, dann solltet ihr vielleicht auch nicht Platinen ätzen. Sondern gibt es extern, wie der Jakob gesagt hat, die Adressen dafür sind All-PCB. Wer ist denn die ganzen Kollegen da? Wo man einfach günstig auch solche Platinen kaufen kann. Ja, oder eben auch hier in Deutschland gibt es auch einen Haufen Firmen, die sowas machen. Das ist eigentlich eine recht einfache Sache. Auch das Bestücken kann man sehr, sehr einfach selber machen, mit Lötkolben und einer SMD-Lötstation für ein paar Euro. Man muss da eben nicht gleich zum Wirt gehen und das Ganze dort fertigen lassen, weil das ja auch wieder ein Aufwand ist, um die ganzen Dateien bereitzustellen und so weiter. Das heißt, gerade bei kleineren Produkten, kleinere Stückzahlen, das ist kein Problem. Denkt an die Wartbarkeit und die Zukunft von eurem Prototyp. Leider ist es nie so und auch bei uns nicht und jetzt haben wir schon viele Prototypen gebaut, die funktionieren meistens am Anfang nicht so richtig toll. Und da muss man Sachen dran ändern. Und dafür ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass ihr euch dafür schon Gedanken gemacht habt und nicht das hundertste Kabel in das Spreadboard reingesteckt habt, damit es da eh schon von alleine fast wieder rausfällt. Sondern anständig Kabel konfektionieren, Stecker vorsehen, die man wieder austauschen kann. Einfach nicht denken, dass ihr ein Serienprodukt baut, was ja übermorgen so in Serie gehen könnte. Es ist immer noch ein Prototyp. Das heißt, Stecker vielleicht an zwei Positionen vorsehen, wenn ihr schon eine Platine macht. Lötpads und Stecker vorsehen. Messpunkte vorsehen an Platinen, die euch einfach im Prototyp gar nichts kosten. Wenn ihr wirklich mal ein Serienprodukt machen wolltet, könnte man sowas immer noch wegrationalisieren. Aber der Schritt kommt erst viel später. Wieder zu unserem Prototyp, unser erster Funktionsprototyp. Ich weiß es noch, es war ein Wettbewerb und die Oberschale war verklebt mit der unteren. Und wir hatten die über Nacht verklebt und am Wettbewerb standen wir das erste Mal drauf. Und er hat zum Glück gehalten und funktioniert. Aber die Woche drauf war er kaputt und wir mussten die Elektronik austauschen und die Schale war verklebt. Naja, dann mussten wir es wieder aufschneiden. War überhaupt nicht wartungsfreundlich. Und mittlerweile hat der Prototyp, es gibt ihn noch, aber er hat wahnsinnig viele Löcher mit irgendwelchen Deckeln drauf. Und wir haben es einfach nicht durchgedacht und einfach nicht fertig überlegt, wie man sowas auch warten könnte. Genauso vergießen, verkleben. Wenn was dicht sein muss, ihr baut einen Unterwasserantrieb. Die Lösung ist nicht, den gerade so funktionierenden Prototyp einfach einzugießen. Denkt wirklich an den nächsten Schritt, wie ihr das auch reparieren könnt. Ja, und weil wir gesagt haben, dass Prototypen nie perfekt sind, baut ruhig mehrere Prototypen. Also geht gar nicht her am Anfang und sagt, hey, ihr baut das finale Produkt jetzt, ihr baut die eierlegende Wollmilchsau. Ich glaube, das Bild beschreibt es eigentlich ganz gut. Nichts, auch wirklich gar nichts, ist perfekt von Anfang an. Und so wird es auch bei euch sein, weil ein Prototypen zu bauen, ist eigentlich ein wandelnder Prozess. Während du den einen Prototypen dann zusammenbaust nach deiner Konstruktion, fallen dir schon wieder hunderttausend Dinge auf, die du im nächsten anders machen musst. Deswegen sucht euch was Kleines raus für den Anfang, versucht die Hauptfunktionalitäten abzubilden und verrennt euch nicht in irgendwelche Details. Fangt nicht beim ersten Prototypen an und sagt, ja, wir bauen das noch ein, das, das, das und das. Das wird nicht funktionieren, weil dann wird der erste Prototyp nie fertig. Deswegen am Anfang Basisfunktionalität einbauen, Prototyp aufbauen, testen, ob alles funktioniert. Wenn ja, ist es gut, dann nehmt ihr das einfach und fügt die nächsten Funktionalitäten hinzu. Und wenn ihr das immer weiter iteriert, habt ihr irgendwann ein super Produkt. Dann zu unserem letzten Punkt Nummer 11. Erstmal, baut eure Prototypen fertig. Ich glaube, ganz viele haben Prototypen zu Hause liegen, die man mal angefangen hat und die nicht fertig geworden sind, weil man sich genau in den Themen verrannt hat. Man hat sich verrannt, das Projekt nicht sauber zu planen. Man hat sich verrannt im Funktionsumfang oder man hat sich verrannt in den Kosten. Man hat nicht sauber, man war sich nicht bewusst darüber, was man baut und wie man es zu Ende baut. Aber wenn ihr es dann schafft, euren Prototypen sauber fertig zu haben, ist es noch nicht vorbei. Es geht weiter mit der Dokumentation davon. Macht während des Prototyps natürlich Fotos, während des Bau, Fotos davon. Aber gerade Learnings, die ihr hattet, wie schauen Gerber-Files aus, wenn man eine Platine macht, was für Erkenntnisse hatte ich in der Mechanik. Schreibt euch solche Sachen auf, dass ihr sie beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder wisst und dass ihr dann nicht das Projekt so macht, wie wahrscheinlich auch unsere am Anfang waren. Man baut irgendwo einen Modellflieger, er fliegt, man schmeißt den, er geht kaputt und dann fängt man wieder von vorne an. Sondern nehmt die Erkenntnisse auf und auch die Dokumentation, ist Teil von einem guten Projekt. Ja, das war es soweit von unserer Seite. Wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen was weiterbringen. Wenn einer von euch jetzt irgendwie sagt, okay, das klang irgendwie ganz spannend, was die beiden da machen in ihrem Startup. Wir suchen immer Leute, die mit uns mitarbeiten. Das heißt, festangestellte Leute, falls ihr eine Abschlussarbeit in der Uni schreiben wollt, falls ihr ein Praktikum sucht, meldet euch bei uns. Das ist nur ein kleiner Auszug der Leute, die wir suchen. Wir bringen wahrscheinlich alle von euch unter. Und nachdem ihr euch jetzt den langen Vortrag angehört habt, könnt ihr euch definitiv ein Bier aufmachen. Und, falls ihr noch Fragen habt, immer her damit. Ganz genau, gibt's. Applaus. Gibt's noch Fragen an Jakob und Felix? So, für ein, zwei Fragen hätten wir vielleicht noch Zeit. Nein, ich denke, dann stehen die Jungs gleich beim Gehen sicher noch mal, falls noch was aufkommt, für Fragen zur Verfügung. Genau, wir haben auch unseren Messestand da vorne noch. Da haben wir dann auch die Prototypen dabei. Und da können wir auch sicher noch mal ein bisschen detailliert über die Prototypenfertigung wirklich auch reden. Wir sind hier vorne in den Gang runter auf der rechten Seite. Gut, vielen Dank. Ja, danke. Applaus.